Ja, Freunde, willkommen zurück hier in Creativerse. Ich habe eine richtig coole Gegend gefunden, die ist aber nicht vor mir, sondern hinter mir. Da sind lauter Palmen, richtig viele Palmen. Da oben steht Savanne-Agrad, also Savanne, und jetzt Ozean. Wir sind am Ozean, heißt es. Ich habe keine Ahnung, wie groß der Ozean ist, aber... Hier gibt es echt extrem viel Sand. Das könnte man komplett alles in Glas umwandeln. Da so richtig schön fett Glas alles den Boden vollzimmern, 100 Meter tief, und dann guckt man durch, und dann, oh, ist das tief. Oder so. Keine Ahnung, ob man da durchgucken kann, wenn man so Glas hinsetzt. Wer weiß. Ich weiß gar nicht, ob wir noch Rockstarrocks brauchen. Ich habe mir Muscheln. Ach, ja. Mein Inventar riecht voll. Lauter Scheiß drin. Ja, gut, nicht lauter Scheiß, aber schon einiges. Das kann ich wegmachen. Das kann ich wegmachen. Das lasse ich mal. Wer weiß, für was ich das noch brauche. Und... Was kann ich denn noch wegmachen? Keine Ahnung. Lassen wir mal. Ich habe ja jetzt genug Platz für ein paar Seashells. Ich könnte mir so eine Glocke herstellen. Und dann mal ein Tierchen zähmen. Ich habe keine Ahnung, was das bringen soll. Okay, 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 gut. Jetzt hätte ich ein Paum. Ach, ich hole mir da kein Viehchen, glaube ich. Was ist denn das da vorne? Ach so, das war ein Baumstamm, das war ein Hohler. Oh, guck mal, wie weit der Ozean da reicht. Na gut, ich bin ja schon mal durch den Ozean geschwommen. Aber, pfff, ich habe keine Ahnung, wie weit der geht. Was gibt's denn da drüben Schönes? Jetzt rennt wieder ein Heim, oder wie? Nein. Okay. Da gibt's wieder Wald. Oder Dschungel. Hm, Dschungel. Oder? Könnte sein. Ja. Dschungel und Palmen. In einem Gebiet. Diedritus. Was ist Diedritus? Was ist denn Diedritus? Ganz normaler Boden mit irgendwas drauf. Ey Schweinchen. Ach, die können dich ja killen. Brauche ich ja bestimmt noch ein bisschen Leder von dir. Du vergibst, der ist mich, nimm, dummer Hund. Dick und doof, Schweinchen. Juhu. Ui, ist das tief hier. Naja, ich habe schon tief ausgesehen. Zum Beispiel da, wo das Eis war. Was ist denn hier schönes? Außer diesen komischen Krebschen. Nix. Was war das? Keine Ahnung. Die Sonne geht mal wieder unter. Das heißt, ich bin jetzt den ganzen Tag in der Gegend rumgerannt. Das heißt auch, ich bin sehr weit weg von daheim. Die können dich auch killen, aber gar keine Lust gerade. Mach mir das Diedritus wieder weg. Bisschen Bockwatter. Das kann man ja den ganzen Tag so machen. Bis das leer ist oder geht es überhaupt nicht leer. Hm. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Was ist das? Riez. Die Dinger kann man nicht nehmen. Hm. Was war da gerade los? Keine Ahnung. Ich glaube, der Server ist ein bisschen lärmarschig. Sieht das hier so normal aus? Oh, eigentlich schon, oder? Keine Ahnung. Hm. Egal. Ich habe ein bisschen Bockwatter. Bockwatter. Wieder Schweinchen dick. Ja. Und, nie. Ich sollte mich vielleicht mal heilen. Dem Angriff gehe ich nicht so nah. Okay. So. Muss reiten. Oh, Salat. Oh. Oh. Lautscheiß. Ich mache noch ein paar Faggeln und dann schmeiße ich den Rest weg. Was ich so hab. Nur Inventar ist voll. Na, super. Dann mach ich das da weg. So. Oh, das sind viele Schweinchen. Hm, hm. Confirming. Oh man. Jetzt muss ich da hinlaufen. Das ist ja kacke. Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. Wieso hat er mich grad so schnell kaputt gemacht? Hm. Ich hab keine Ahnung. So steht da schon wieder die Tür offen. Das fällt natürlich auch der ganze Scheiß. Hm. Kann ich mit dem Scheiß noch irgendwas herscheln? Ich brauch Iron. Warm warm tooth hab ich nicht. Das Zeug hab ich glaub ich auch nicht. Hm. Was ist das? Feeling Beacon. Corruption Dust. Wo ich das auch immer herbekomm. Trocken. 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 Iron Rod. Iron Rod. Iron Rod könnte man doch gar nicht herstellen, ne? Vielleicht da drin? Oder? Keine Ahnung. Wo war jetzt Iron? Hier. Auch nicht. Ich hol mal Kohle raus. Hier. Hier. Tempered Iron Bar. Hm. Eins kann ich mal herstellen. Mal gucken was das bringt. Vielleicht kann ich dir das ja wieder reinschieben. Der ist wahrscheinlich ein ganz normaler. Ja. Hm. Hm. Okay. Kann ich nicht nochmal reinschieben. Das kann ich auch nicht da reinmachen. Nee, das ist ja Kage. Ah, da gibt's ja Iron Rods. Stimmt hier. Hm. Lädel. Obsidian. Das kann ich doch herstellen. Hab ich doch alles. Glaube ich. Äh. F. Obsidian. 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 Slap. Was brauche ich dich da? Einfach nur Obsidian. Habe ich 14 Stück. So. Was brauche ich noch? Läder. Stone Rod und Miro. Ey. Habe ich nicht genug glaube ich. Nicht genug. Wo habe ich denn Läder? Eins nur. Nur eins? Kann doch wohl kaum sein, oder? Sieht ganz so aus. Höh. Da habe ich noch Milchpreis. Hm 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 hm. Das ist der Unrot. So. Söidian. Brauche ich das? Keine Ahnung. Okay. Ich brauche jetzt Läder. Schweinchen. Schweinchen. Wo seid ihr Schweinchen? Ähm, da gibt es ja überhaupt kein Fehl in der Nähe. Wo sind die denn alle? Üh, äh, üh, äh. Schweinchen, Schweinchen da vorne. Gibt es so hässliche Schweine. Oh, immer nur ein Leider. Da ist kein Schweinchen, oder? Nö, vorne. Hm, 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 hm. Immer nur ein Leider. Oh, komm, ah. Was hat mir getan? Oh. Okay. Das hat man immer gebrauchen, das Zeug, was da drin ist. Hm? Schweinchen! Wo kann ihr hin, ihr dummen Schweine, ihr blöden? Hey, da werden noch ein bisschen viele hier. Was ist denn schon tot? Drei. So. Schweinchen, Schweinchen, Schweinchen. Ich seh' keine dummen Schweinchen. Vorne. Ich bin schon eins. Ja, geblieben. Ja, ne, 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 ne. Club of Goo. Google, 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 Google. Funde. Schweinchen. Schweinchen. Es ist aber so fast, dass die Minute nicht für die Kilo, oder? Kaput, das ist. ich habe ich denn jetzt 12 2 4 6 6 Bräuer ich ja gut, ist recht gehen wir mal heim dann sollte der Rest ja auch fertig sein und dann machen wir mal eine bessere Rüstung ja was am besten jetzt nicht abkratzen bei meiner Doofheit kratze ich bestimmt wieder ab bevor ich daheim bin am besten noch direkt vor der Tür hehe naja da das ist meine Höhle so geht er an den Weg hoch ach so da ist auch eine Höhle direkt im Sekt gut zu wissen hm 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 da war nichts drin da war was drin kräft iron helm iron brust bloody schnall die Tür zu hm 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 er braucht er hat sich für und warum verdammt verdammt anliegen das hat auch haltbarkeit der ganze Scheiß so so ein bisschen komisch aus 140 Rüstung 30 Angriff wie viel hab ich mit dem Ding 120 80 80 nur noch bis wenn ich nackt bin 0 natürlich hm 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 Ach, ich setz da rein. Da mach ich das rein, das da, das da, das da, und das da. Passt nix rein, da passt was rein. Wo hab ich denn, das klopperf gut da. Leider hab ich nirgendswo drin. Scheiße, nicht so aus. Knurken. Hier. Kann ich das Leider reinmachen, das Leider? Den Leider, he. Okay. Wo hab ich denn die, die schon wieder her? Keine Ahnung. Teleporter fallen, Haltrinke, hab ich dabei. Öh, he. Ups. Gut. Was könnte ich denn noch machen? Keine Ahnung. Glaub gar nix. Da brauche ich das, Evil Dust. Das Druckhorn, das könnte sein, dass ich das bei den Steinfiechern bekomm, die in der Nähe von denen sind. Die da. Keine Ahnung. Hehehe. Kaktusflower. Das krieg ich bei Kaktus, denk ich mal. Busshocktask hab ich. Detritus kriegt man im Wald, im Dschungel. Waldwoodflower kriegt man da, denk ich mal, auch irgendwo. Warmwurmtooth, keine Ahnung. Arctic Miru-Ei. Rampi-u-taft. Eieieieieieieiei. Ich hab keine Ahnung. Hehehe. Brauchen wir überall das gleiche. Gut. Eins, vier, sechs, acht Eierendingens da. Ich hab glaub ich zu wenig. Äh, sind die schon wieder drin? Da. Oh, ich hab genau acht. Ich darf mich jetzt nicht noch in solche Dinger umbauen. Hm. Harden-Klava-Flur. Bungalow-All. Oh je, oh je, oh je, oh je. Gut fettens. Wo kriegt man nochmal das Wein her? Achso, ich glaub ich weiß. Von den grünen Dinger, die immer runterhängen. Oder an den Bäumen dran sind. Da vorne, die da. Glaub ich. Hey du. Der Wein schneit platt. Oh, da kriegen wir das auch. Weins. Was heißen die? Weins, weins, weins. Hab ich weins? Irgendwo? Weins, 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 weins. Da. Und Wein. Huh. Hat genau gereicht. Dreieinhalb Minuten da war es. Coolee. Was kann man denn mit dem Eis machen? Da nix. Und da. Kann man was machen? Eis-Slope. Okay. Ups. Egal. War es jetzt drin? Ja. Mit dem kann man bestimmt auch irgendwelche Wände bauen. Nicht. Ach, das ist Feuer... ... voll des... ...dings da. Irgendwas. Hm. Hm. Ach, da hab ich auch noch so Dinge. Okay. Hm. P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p. Keine Ahnung. So. Alles rausholen. Dann wieder da rein. Gut. Die Dinger tropten nur bei den komischen Viechern, glaube ich. Ah, steht hier drin. Natürliche Gummibänder sind es. Okay. Gut. Dann verabschiede ich mich hier mal wieder von euch. Ich werde jetzt warten, bis das Zeug vollends fertig ist. Im Prozessor. Und dann werde ich meine Leiche suchen gehen. Ohne euch. Tut mir leid. Aber... Na gut. Ich denke mal, das ist besser so. So. Weil das wird eine ganze Weile dauern, glaube ich. Auch wenn ich da mit dem Teleporter da oben irgendwo... ... darüber flutsche. Und dann... ... werde ich mir eine gute Stelle suchen, wo ich meine neue Mine hinpflanze. Wer weiß, wo das sein wird. Okay. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.